Hallöchen, hier ist Kyoko und es gibt ab morgen, dem 30.05. von 1 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens, wieder Wartungsarbeiten. Größere, in dem ihr das Spiel in der Zeit nicht betreten könnt, aber es gibt noch keine großen Leaks dazu, was sie jetzt neues implementieren oder updaten werden. Aber wir bekommen dazu wieder einen neuen Banner mit alternativen Heldenformen in einer Hochzeitsthematik. Der englische Name ist Bridal Blessings und beinhalten wird es die Helden, die im Nachhinein jetzt hier zu sehen sind, aber ich nenne sie nochmal beim Namen. Zaeda, die ein blaues Buch haben wird, Charlotte, die noch nicht in dem Spiel implementiert ist, als Lanzenkämpferin, Cordelia, die dann als Bogenschützin dabei ist und Lynn wird zu einer Stabkämpferin bzw. Heilerin. Sie werden auch wieder andere Fähigkeiten haben als in ihrer normalen Form. Und leider habe ich gar keine Ahnung, wodurch dieses Thema jetzt inspiriert ist. Mal schauen, vielleicht finde ich was dazu. Ansonsten, wie gesagt, gibt es kaum Infos und keinen wirklichen Datamine-Leak. Ich vermute, dass wir wieder einen großen Heldenkampf bekommen werden. Michaelis steht unter anderem aus als Wiederholung und neue Helden, da müssen wir uns überraschen lassen. Und, was richtig toll ist, der tägliche Lock-In-Bonus mit Sphären kommt endlich wieder zurück. Ich wollte euch an dieser Stelle schon mal kurz informieren, was so ansteht und bedanke mich fürs Zuschauen. Liebe Grüße, eure Kyoko. Und Leukkampf und Leukkampf